So, da sind wir wieder. Heißt Civilization 6. Wir haben ein kleines Problem mit einer Stadt von uns, und zwar hier oben. Rugsboro rebelliert. Haben wir auf jeden Fall noch Soldaten hinschicken müssen. Verschwind. Möchten mit euch nichts zu tun haben. Was wollte ich denn sagen? Eine Stadt haben wir das letzte Mal gegründet noch. Die ist da drüben irgendwo. Und zwar... Da können wir dann eigentlich auch den mal drüberschicken, weil da haben sich ein paar... War glaube ich eine Einheit oder irgendwas gerade eben noch... Oh, 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 oh! Wir sollten vielleicht uns ein bisschen wegbewegen. Okay. So, der hat einen Sicherhofen abgeschlossen. Wir brauchen aber jetzt Soldaten und das ist nicht so knapp. Am besten eine... Erst mal eine Feldkanone. Was können wir denn noch gebrauchen? So, was kann der Naturforscher eigentlich hier treiben? Nationalpark, das wollte ich mal gucken, weil das weiß ich jetzt gar nicht. Nationalparks. Ähm, das müssen wir... Achso, Berge bezaubernd. Bla bla bla. Berge. Ja, Naturwunder, da haben wir da irgendwo auch welche, da. Dann soll er mal da runterreißen. Ähm, der hat ein Kraftwerk abgeschlossen. Kann er das auch belegen? Okay, kein Wachstum mehr in dem Fall. Ähm... Kein Wachstum möchte ich jetzt eigentlich nur nicht haben. Nein, müssen wir es erst mal so bauen. Dann brauchen wir... Sollen wir noch einen neuen Siedler noch bauen? Dann bauen wir noch einen Siedler. Ähm... Dann können wir noch ein bisschen Unruhe stiften. Wir können uns nicht so viel Zeit lassen, sonst ist die Stadt nämlich fott. Ja, elf Runden, ey. Ah, da kommen Gegner. Scheibenkleister, da kommen... Beziehungsweise... Jetzt wollen wir mal die Panzerschifflotte hier hochschicken. Ich hab da ja wohl noch Freibäude, die schicken wir auch hier hoch. Und ist jetzt endlich mal der Kasper... Äh... Der kann sich langsam bewegen, weil er da oben gefangen gehalten ist, mehr oder weniger. Äh... Wir brauchen diese Stadt. Die soll wieder uns gehören. Da müssen wir jetzt alles hochschicken, was wir haben. Ja, da ist noch ein Schub. Da ist noch einer. Den schicken wir auch noch gleich hoch. Das Problem ist nämlich... Äh... Die drehen jetzt alle am Rad hier. Hm, hm, hm. Mal gucken, ob wir da nicht irgendwas aushandeln können. Zum Blödsinn hab ich keine Zeit. Der kann halt nicht auch schon wieder hoch ins Gefecht. Der soll sich mal ausruhen. Schießen die die? So, mal gucken. Da warten wir mal eine Runde. Ich muss erst mal gucken, ob die beschossen werden gerade. Zehn Runden ist sofort die Stadt. Was machen die Norweger? Kämpfen die gegen die? Oder schauen die nur zu? Die schauen zu. Ah, ne, die kämpfen. Okay, die kämpfen. Ja, die können auch fern an den Griff, aber das ist ja gut. Das habe ich nicht gewusst. Ich kämpfe einfach zu wenig bei Civilization. Beziehungsweise im Late Game. Das macht einfach keinen Spaß. Äh, Panzerschiff kann das auch fernkampf? Ne. Hm. Der soll mal noch was bauen. Und zwar... Der fährt ja da hoch. Das ist meine Feldkanone. Die brauchen nämlich jetzt. Und die Frage ist, ob die auch die bekämpfen. Ja, der da oben. Der wartet noch auf Befehl. Oh Mann, nee. Steht halt nicht im Weg rum. Äh, glauben. Okay, die bekämpfen jetzt alle die. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, dass die hier einfallen. Wie die Deppen sind. Ja, super. Jetzt beschießen sie mich wieder. So, den ziehen wir erstmal da raus. Den ziehen wir da rein. Das hat nichts gebracht. Wir brauchen unbedingt die Artillerie. Wir kommen hier keinen Meter voran mit diesen Schüsschen da. Der muss weiter vor und muss defensiv bleiben erstmal. Der muss am besten da hin, wenn's möglich ist. Der kann erstmal das bauen. Ich schaue es mit dem Archäologen aus. Dann haben wir noch Zeit. So, können wir... ...was kaufen. Und können wir dann unseren... ...muss mal schauen, ob wir den da was bauen lassen können. Äh, jetzt hab ich den nicht aufgerüstet. Der bringt mir ja nix ohne Aufrüstung. Ich mach hier Fehler ohne Ende. Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Fragator oder so, ne? Oh, jetzt kommt sie mit dem Kriegsschiff. Jetzt... Jetzt wird's Heidi. Jetzt bekämpfen sie die Artillerie, die Dappen. Statt zum Beispiel mal den Norweger bekämpfen, da passiert gar nix wieder. Ähm, den lassen wir noch einmal. So, dann... ...hauen wir noch da mal rein. Mit der können wir eigentlich auch reinhauen. Ich würd' sagen, wir warten mal lieber ne Runde. Der ist auch wieder fit. Den schicken wir mal nach vorne. Da warten wir auch ne Runde. Weil nämlich... Das ist jetzt kurz vor... ...kurz vor Ende der Kampfhandlung. Ja, dass wir uns jetzt ein Eigentor schießen und... ...und er gleich drinsteht in der Stadt. Das muss ich ja schon bissle vermeiden. Okay, der fährt jetzt erst mal weg wieder. Zwei Schaden, okay, das geht noch. Das ist gar nicht wirklich schmerzen. Was können wir denn hier noch machen? Ähm... Ich seh' noch grad' was. Soll der nämlich dann lieber... ...das da mal erschließen. Ähm... Jetzt haben sie natürlich nicht angegriffen, die... ...das ist jetzt ein großes Wagnis. Ich kann auch jetzt hier vor... Ich kann auch jetzt hier vor... ...das bin ich mal gespunnt. Bitte, bitte funktionieren. Nein! Das funktioniert nicht! Nein! Uah! Glück gehabt! Glück gehabt! Glück gehabt! Glück gehabt! Das war aber knapp. So. Ähm... Wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder... Erstmal reparieren. Dann brauchen wir auf jeden Fall unseren Gesandten. In Roxborough. Roxborough, Roxborough, Roxborough. Da ist... Roxborough. Dann müssen wir mal hoffen, dass das jetzt diesmal besser läuft. Hm. Gelände mit Nationalpark. Wir müssen wahrscheinlich erstmal ein Gelände mit Nationalpark machen. Ähm... Ja. Was macht denn die Zirkus-Clients eigentlich in meiner Festung? Gönnen aber schon noch mehr, oder? Gönnen aber schon noch mehr, oder? Nee. So sollte ich, wenn ich in Krieg mit ihr ziehen soll, so soll ich da irgendwas machen. Es ist besser für etwas zu sterben. Es ist besser für etwas zu sterben. Ähm... Ja gut. Die können wir jetzt erstmal zurücklassen. Dann machen wir als erstes mal ein Chor. Ähm... Dann lassen wir Sanitätsversorgung mit. Dann bauen wir ein... Kriegsschiff. Ein Seehafen. Und den Spion. den Spion. Und den Spion. Das ist... Ja gut. Landeinheiten Was macht der eigentlich? Der ist doch auf unserem Gelände Ja, ist schon recht Ja Ähm, so geht's ja nicht. Hm. Ja, irgendwie stehen die auf einem neuen Land. Aus irgendwelchen Gründen geht es anscheinend. Keine Ahnung, was das Wetter ist. Das ist bestimmt ein Bug. Ähm. Nee, das kann man nicht bauen. Vielleicht sollten wir uns nochmal ein bisschen auf die speziellen Typen konzentrieren. Großer Künstler. Oh, da ist... Ähm... Brot und Spiele. Das können wir mal machen. Das habe ich auch noch geprobiert. Ähm... Der soll mal Heuchposten machen. Ich komme da nicht auf meine Länder rein, wie es... Na, das ist bestimmt wieder ein schöner Bug. Und das Seeboot. Ja, können wir mal machen. Sowieso viel zu viel Geld. Die sind alle weiter wie ich. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. So, dann... ...bauen wir als nächstes einen... ...Markt, würde ich mal sagen. Der hat den Konzspeicher abgeschlossen. Was können wir denn da bauen? Das macht keinen Sinn. Das auch nicht. Wobei, das macht schon Sinn. Wir müssen mal bloß den dort da hinschicken noch. Soll er noch eine Mine erstellen. Und schon wieder was geklaut. Ey, die gehen mir echt auf den Nerven, ey. Scheiße, Diebstahl da ständig. Gewundert, dass die ständig hier... ...wissenschaftlich voraus sind. Die haben immer noch... ...fallend. Können wir an der Zufriedenheit was machen? Das müssen wir nochmal prüfen, ey. Also gut. Mal abgesehen von... Ich muss mir klar nochmal prüfen, ob er was hat. Zwei Sendezahlen drin. Ähm... So. Dann haben wir hier schon mal einen Flottenverband. Im Chorgröße. Plus zwei Wohnraum. Dann darf er erstmal das Kraftwerk bauen. Annehmlichkeiten. Können wir irgendwas hier bauen? Aber das geht hier nicht. gut. Das ist das Problem. Der kann die Mine erstellen. Naja. Vielleicht das mal. Bauen wir mal für Wachstum. Naja. Naja. Der kann da bleiben erstmal. Okay. Werden wir als erstes mal steigen. Das ist schon mal schön. Aber wir müssen irgendwas tun. Wir müssen diese blöde... Eigentlich müssten wir Nahrungsproduktion irgendwie vorantreiben, das geht aber nur mit einem Hafen eigentlich. Da könnte ich nur zusätzliche Nahrungsmittel generieren. Ah, ein... Ja, der kann eigentlich hier stehen bleiben. Der soll mal... Kann der schon dieses Ding errichten? Eine Bank. Noch mal eine Bank. Der hat Archäologen genommen. Da bauen wir jetzt das Sendezentrum. Der baut auch ein archäologisches Museum. Ach, das ist ja sehr 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 gut. Ich mache das Schäebar. Ich habe die Hände, die Hände im Kleinen. Er hat mir gefällt. Ich möchte das in einem Regen soauen. Ich habe es heute mit dem Koffer nachher. Er hat mir bei mir hier gekauft. Dämmet die Hände mit sonstigen. Nein, hier geht's mir ab. Ich habe jetzt noch mal einen Baum. Er hat mir bei uns an mir vor. Einer hat mir bestimmt schon gesagt. Er hat mir gemacht. Dann hat mir jetzt nicht sojaue. Er hat mir gesagt, er hat mir. Äh, was ist denn jetzt los? Wieso kraften er mich an? Der Knallkopf hat sowieso keine Chance. Okay. Mhm, sehr schön. Äh, Edinburgh, okay. So, haben wir hier unten noch irgendwo was? Wie geht man da so? Ja, ganz schön viele Panzer hier so rumstehen. Was macht denn der eigentlich hier? Da sollen wir schön da zurückgehen. Äh, den werden wir da oben einsetzen wahrscheinlich. Und dann haben wir da eine Küstenverbindung. Ähm, wir haben hier, wir kaufen erstmal einen Apostel. Und einen Handwerker brauche ich noch. Der hat Brot und Spiele abgeschlossen. Was ist denn? ... 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 ja dann geschießt man kann schon wieder zurücklaufen kann der jetzt schon was wieso kann ich die modernisierung habe ich es noch nicht modernisierung ne das ist glaube ich eine von denen verbrennungsmotor brauche ich einen verbrennungsmotor den gehen wir dann auch gleich an habe ich doch eigentlich müsste ich es bauen können so kann ich das bauen wir müssen doch noch mal einen katholiken vorbeischieben das ist echt gut das wollen keine buddhisten hier werden aber ich würde sagen das war es erstmal für die heutige runde danke fürs zuschauen tschüss bis zum nächsten mal das wissen um seine vergangenheit